Erste Thema der Exposition Im Kontrast Zum Schluss der Exposition Eine Schlussgruppe an Melodien Jetzt kommt die Durchführung Und mit allem, was war, wird gespielt Möglichlich mit viel Fantasie Dabei wird moduliert Zurück in die Haupttonart Erstes Thema jetzt in der Reprise Wieder steht's in der Grundtonart Darauf folgt jetzt die Überleitung Aber diesmal bleibt's in der Grundtonart Und jetzt das zweite Thema Diesmal in der Grundtonart Trotzdem zum ersten im Kontrast Zum Schluss auch der Reprise Eine Schlussgruppe an Melodien Vielleicht noch eine kleine Coda ikke- Tschüss J- based off nos St Bis zum nächsten Mal.